so jetzt hole ich mir erst mal ein bisschen xp und meine bestellung wurde auch geliefert hallo achso ich habe versehentlich baubereich angemacht alles klar also die quiche ist mir jetzt nicht so wichtig so ich habe 278 xp die frage ist was mache ich jetzt damit hm ja gut ich denke dann sammle ich die erfahrung noch ein bisschen so also jetzt stelle ich eine kiste hier hin und eine dahin so in diese kiste kommt alles was mit holz zu tun hat gut die fertigen bretter jetzt nicht vielleicht aber und das feuerholz auch nicht gut guck mal der hat nur eine flasche gebraucht für die erfahrung gerade so und hier kommt alles rein was mit steinen zu tun hat also steine ja so jetzt muss ich hier mal bisschen für ordnung sorgen das gehört da überhaupt nicht hin das gehört da auch überhaupt nicht hin ja gut feuerholz warte falsche kiste feuerholz werfe ich da einfach mal mit rein ja was mache ich da jetzt mit diesem komischen feuerholz stapel den stelle ich jetzt dann dann haue ich den dann haue ich den einfach da mit rein so und jetzt ist mein inventar nämlich schön leer so wie ich das gehört 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 so noch mehr gereift da rum aber ich habe nichts mehr, ich habe kein essen mehr schön oder auch nicht also dann wollen wir da fehlen Brotkrümel wie sieht das aus kann ich gerade Brotkrümel machen dafür brauche ich Brot ok dann machst du mir Brot Teig habe ich auch noch sehr schön du machst mir ein Geflügel Steak und dann machen wir einen süßen Kuchen und auf diesen süßen Kuchen kommt Pfirsich und Kirschen Bam und in die herzhafte Pastete machen wir auch ein bisschen was scharfes rein dann dann ja und die sind die 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 Ja gut, dafür fehlt mir ja Gerste, das habe ich ja gerade erst ausgesät. Ah, okay. Das wird hier auch allmählich alles leer. Na, ich sehe schon. Aha. Dafür fehlen mir Zwiebeln. Dafür fehlt mir wieder Brot. Da fehlt Hackfleisch und Zwiebel. Und da fehlt nur Hackfleisch. Gut, komm, dann machen wir auch noch mal eine Runde Hackfleisch. Schön aus Geflügel. Und dann machst du noch mal eine Runde Brot. Käse kann ich gerade auch nicht wirklich machen. Aber ich kann hier noch Käseplatten machen. Und das mache ich auch. Und dann würde ich gerne Chilis einlegen. Und ich würde gerne Quark machen aus Kuhmilch. Und ich würde gerne Quark machen aus Schafsmilch. So, und jetzt habe ich noch einen. Ja komm, dann machen wir Marmelade und zwar wirklich mit Orange. Orange...